In diesem Video ist nur die Verlosung kommt, diese schöne Hitze. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei RedDocsVlog. Es ist heute die Verlosung von diesem Headset. Ich habe hier meine Seite aufgerufen und ich habe hier 1, 2, 3, nicht 4, 5, nicht 6, 7. Sieben Kommentare habe ich hier und unter den sieben Wörter herausgefunden, wer der Gewinner ist. So, ich habe hier schon mal eingetragen, 1 bis 7 und der Gewinner von diesen schönen Headset ist die Nummer 1. Serie AD 19, die Region Putjadingen ist wunderschön. Da gibt es schöne Dörfer und kleine Städte. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dir das Headset zuschicken. Am besten wäre es, wenn du auf Instagram oder Facebook eine Nachricht schreibst. weil über YouTube ist es ein bisschen doof, also eine private Nachricht dann. Gut. Dann will ich jetzt nochmal reinschreiben, wer gewonnen hat. Und das war auch schon das Video. Dankeschön fürs Mitspielen. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.